Die Drogeriekette Schlecker ist insolvent. Unter Medienleuten und Smartphone-Usern verbreitete sich diese Nachricht am Freitag per Eilmeldung. Viele Mitarbeiter aber erfuhren erst aus der Presse oder von Kunden davon, dass ihr Arbeitgeber zahlungsunfähig ist. Schon schockierend. Wie geht's denn jetzt weiter? Wissen Sie da schon was? Was hat denn die Kundin gesagt, die Ihnen das vorhin gesagt hat? Wart ihr auch schockiert? Also haben Sie Reaktionen von Kunden schon bekommen heute? Nicht viel, nein. Nur die einzige Kundin war da und hat gefragt, ob sie noch was bei uns kaufen kann. Dann habe ich gesagt, ja natürlich können sie kaufen. Wir haben ja auf. Und haben Sie sonst noch mit Kollegen gesprochen? Wissen Sie irgendwas? Nein. Haben Sie eine Ahnung, wie es jetzt weitergeht? Also haben Sie wirklich auch Angst um Ihren Job? Eine Insolvenz muss ja nicht das Ende sein. Ich weiß es nicht, was passiert. Ich weiß es nicht so, was es geht.